Moin Leute, Trimax hier. Heute haben wir was sehr geiles vor. Road to Unreal. Und da wollen uns Reason und Julian.com helfen. Romatra ist auch wieder dabei. Ich hab ultra Bock. Richtig schön sich das gemütlich machen im Hucksack der Pros. Wenn ihr das gefällt, gerne abonnieren und die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Schaut auch bei den anderen gerne vorbei und denkt an die Crater Codes. Alter, wie geil. Kann man Punkte verlieren? Wenn wir sterben. Da sind alle in das eine Haus hier reingelaufen. Digga, hier sind alle im Haus. Bei mir ist einer. Wow, ich hab einen übertrieben hart zerstört. Super. Das ist geil, Alter. Einfach mal landen und die Leute hier töten. Romatra, du wurdest vom Auto angefahren. Ich hab's gesehen, Alter. Die Calls sind hier. Unterbier 15 auf ihn. Tag. Hey, war noch freu. Hier ist ein Mate. Ey, die sind da richtig schlecht. Sorry, bin muted gewesen. Warum nö. Ein AP, ein AP auf den. Das ist doch mal geil. Wir sind einfach über die drüber gefahren. Ich schieß hier ein bisschen mit. Und dann haben wir Pleasant Park eingenommen. Das ist geil. Oh mein Gott. Ab hier. Bei mir ist noch einer. Ab hier. Ja, hier ist noch welche im Pleasant Park. Den hole ich, den hole ich. Aber wir sind jetzt schon Platin automatisch. Platin 3, weil ich Platin bin, ne? Ja, ja. Ihr steppt quer rein. Hier ist jemand on me. Ja, ja, on me. Der hat mich auseinander genommen. Hardcore auseinander genommen. Ab ihn. Ich habe Riesen erstmal. Wo kam die her? Wo kam der her? Der kam auf mich zu, ohne zu schießen. Was war das? Ab ihn. Digga, was hat Romatra für den Loadout, Alter? Nein. Eine graue Pant. Oh mein. Warte, du hast zwei Sturmgewehre. Voll erwischt. Dich oder was? Ja. Ich wusste nicht, dass du was brauchst, hä? Achso, du hast zwei im Bunker. Jetzt nimmst du noch eins, oder? Ne, das hier. Ja, guck mal. Jetzt geht's mir gut. Guck mal, jetzt sind wir noch reingekommen. Ey Leute, kein Problem. Romatra hat Sturmgewehre für das ganze Team. Einfach mal Bliesenpeak einnehmen. Geil. So, ich habe null Loot. Ich habe auch nichts, aber das ist normal. Da vorne sind Leute. Bei Dude Lake. Was heißt Fondant? Lass da hin. Ich hätte gerade 500 Holz zusammengefarmt und dann werde ich auseinander genommen. Erstmal einspielen, what the fuck. Oh, on me, on me, on me. Was machen wir denn? Hä? Ist alles falsch hier. Oh, oh. Gibt keinen Siphon. Riesen stirbt gleich. Nein. Nein, das war ein Witz. Nein, nee. Hab ihn? Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Hier ist zwar, wo sind alle hin? Oh, wir sind geriftet. Wir sind super, toll, toll. Die sind tatsächlich noch schneller unterwegs als Chef Strobel. Für eine Scheiße. Ich sehe hier was flattern. Ja, ja, flatter, flatter. Ich kann ihn ab. Ich hab ihm schon 1 gegeben. 2. Der hat noch Schills. Aber ich hab ihm 50 damage gegeben. Oh, Gegner nochmal hier. Einer. Oh ja, bei Romatras einer. 26 White. Oh, der macht da so ne. Scheiße. Granat werfer ihn. Nochmal White. Hab ihn. Tag. Schön. Wollen wir zum Air Drop vor uns? Ja, können wir machen. Gegner neben uns um die töten? Oh ja, über uns. Ja. Ich hab keine Sturm gewählt. Hast du mich holen? Oh, 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 oh. Was heißt das? Da kommen RPGs und sowas, ja, ja. Ich helfe hier auf der Distanz. Oh, ey. Alter, hast du Zug gemacht? Einer hat ein Snipe kassiert, alter. Der geht nirgends, wo mehr hin. Digga, da reifen zwei Teams. Wir sind jetzt in drei Teams, hier ist die Hölle los, ne? Ich komm mal ein bisschen mit rein jetzt im Tümmel. Alter, was geht denn hier ab? Was geht hier ab? Oben auf dem Berg ist noch einer. Hat jemand ein Sturmgewehr Munition? Äh, mehr ein bisschen. 100 auf alle. Ey, ey, ey. Was denn? Die schießen einfach. Ich war gar nicht bereit. Ach, ich bin gemutet. Oh, Mann. Ich hab dir da welche hingelegt. Hier liegt Sturmgewehr Munition. Oha, ich wurde angeschossen. Einer ist bei mir, der replacet mich. Hä, Digga, die greifen übertrieben an. 100. Dead. Boah, aber Hilfe am besten. Ja, ich komm. Sheetcrack einer. Ich spiel ohne Cone die ganze Zeit. Hier, hier rum welche. Hier ist noch einer, ne? Ja, alle ist voll hier. Alles voll. Hey, hey, hey. Ich hab keinen Shield. Die sind immer noch Steps. Immer noch Steps in mir drin. Ja, ich bin beide hier. Dead, hab ihn. Schön. Schön. Schön, Junge. Oh, hat er eine goldene Schall gedämpft. Das ist gar. Ja, hol die dir. Oh, nee, nee, nee. Hat noch wer... Ich hab ne blaue, die ist auch stark. Hat noch wer Dingens Munition? Ich hab ne Sun-Mediplex. Nein, Sun-Mediplex. Nein, hier hat 12, 12. Ja. Geil, der Sniper macht richtig Bock, Alter. Vor allem, weil die so selten ist das Jagdgewehr, ne? Ja, ja, ganz, ganz selten. Ja, ich krieg's gar nicht fast. Goldene Schall gedämpfte. Goldene Schall gedämpfte. Ich stehe nicht. Da oben sind welche, auf Loot Lake. Jetzt hab ich mal Loadout, Alter. Let's fucking go. Da fliegt einer. Loot Lake oben sind auch welche drauf. Ähm... Wir können... Wir können auf Loot Lake gehen. Wir sind still ready wieder. Wann ich Spiel? Alter. Gute... Gute Shots. Danke. Von mir. Ach so, von dir! Ja, von dir auch, halt, ne? Ja, danke, von dir auch. Ich glaub, ich hab... Ich hab ihn Buddy und Headshot, glaub ich, gegeben. Hast du mehr geguckt, als ich hab zwei Schatzluck? War das hier eure Lieblings-Season damals? Ja, das war die erste Season, wo ich Geld gemacht hab. Ähm... Da lag's. War das stimmt. Da hab ich den Geholt, da warst du. Ich glaub, die Flugzeug-Season war die Winter-Royal-Season, ne? Ja, ja. Das war die. Das ist die nächste. Was... Wo gehen wir hin? Ich weiß, wie ist dieser Plan? Das soll sie. Ich kann einfach nur Reson hinterher. Gut. Ich geh heute rein und tötet sie alle. Das ist geil. Und das, obwohl er keinen Seifen hat. Und das, obwohl er keinen Seifen hat. Das ist super. Das ist super. Die Fighten da vorne. Oh, Rift! Dad! Ja, lass die in der Luft abschießen. Ja, der rechte... Der rechte minus 100. Der andere 22. Oh, der ist 1 AP. Warte. Minus 60. Minus 100. Auf den linken. Nochmal. Der hat noch einen Hit. Ey, hier ist ein unendlicher Rift bei mir. Im Haus. Hier. Im blauen. Ich geh runter schon mal. Komm mal Trimax. Oh Mann, was? Das ist doch nie passiert, dass ich dich getroffen habe, hä? Das ist... What the fuck? Hier unten im Haus ist ein unendlicher Rift an mir. Ich sag, das ist schon mal passiert. Ihr müsst aber ganz nach unten in dem Haus sein gehen und dann seid ihr in den Rift. Ich muss zugeben, wir haben gestern nach dem Heimsieg, wollten wir eigentlich nur ein Bierchen erstmal im Vereinsheim kippen. Ja, am Ende waren wir auf dem Kiez. Und ganz am Ende war ich dann um 5 zu Hause. Da leidet auch das Aim dann einfach drunter. Guck mal, jetzt habe ich den unendlichen Rift verpasst. Ne, der ist unendlich. Der ist unendlich. Du kannst ihn gar nicht verpassen, Bro. Ne, neben mir ist ein Gegner. Ja, ich lande bei Max wieder. Ich kann mal. 7 HP. Oder er. 7 HP, 7 HP. Hab ihn. Da liegt der Laute. Hab ihn gefinisht. Oh nein, es sind noch zwei, ne? Oh, der Account hat ja Zero Delay. Ich schwöre, bei mir auch. Was ist das denn, Bro? Das macht gar keinen Sinn. Bei Ihnen, danke. Wie hat er den Baum gesehen? Cracked. Cracked. Oh, ist das toll. Das ist, also jetzt. Oh, die rebooten hier direkt. Oh, rebooten. Ja. Druck. Warte, lass die, lass die rebooten und wir töten die aus der Luft. Ja, ja, genau. Lass die rebooten. Kommt hoch, ich mach ne Rampe. Ja. Alter, du kannst Six Slayer, klasse. Ja. Wo kommen die, wo kommen die? Der Luft, einer, aber das haben drei Leute rebooten. Hit. Dead, dead. Super. Hier da links aufm Haus, dead. Runter uns. Dead. Das ist großartig. Das ist ganz toll. Oha. Da wurde ich beschossen schon. White. Großartig. Ich medipack mich. Yo, aus der Luft, wegschießen bitte. Oh, ich warte. Der war Ron. Ich geh ins unendliche Rift. 200. Wer ist da? Armin. Geil. Haben die noch krassen Loot? Nee, nicht wirklich. Alter, wir können, oder? Können wir noch mal 40 Bomben machen? Ja, oder? Wenn einer rebootet, dann können wir 40 Kills machen, ja. Alter. Ich hatte vielleicht eine, die sie schießen. Sicher, dass das ne Platin Lobby ist? Ja, ja. 100 Prozent. 100 Prozent sogar. 1000 Prozent sogar. 1000 Prozent. 1000 Prozent. 1000 Prozent Platin. Da bin ich gerade sogar. Krank. Hier unten schießen Leute. Er schießt den Lootrop runter, ich schau mir den. Kann man noch Rocket Riden? Ja, ja. Rocket Riden mich mal zu Julian. Geht das? Ja, komm, ja. Das würde ich auch nehmen dann. Okay, warte. Sicher, dass das noch geht? Ja, das geht, das geht, das geht. Aber ich sterb da, ne? Nein, nein. Oh, du warst drauf. Nochmal. Ich sag, Riesen stirbt gleich. Was? Oh mein Gott, Alter. Darf ich mal probieren? Probier du mal 13. Komm rein, komm rein, komm rein. Drei, zwei, eins, Sprung. Ich warte mal. Drei, zwei, eins, Sprung. Sicher, dass das noch geht? Drei, zwei, eins, Sprung. Yo, let's fucking go. Hast du Raketen? Hast du Raketen? Hast du Raketen? Ja, ne hab ich nicht, sorry. Ach scheiße, ich hab null. Ich hab null. Scheiße, egal. Sind wir hier noch Gegner? Haben wir einen? Ja, das ist immer noch einer. Hey, um jetzt sterbe ich doch oder nicht? Ja, du stirbst jetzt. Ja, klar, stirbst du jetzt. Du willst jetzt runter, du stirbst. Ich lebe. Ich lebe. Oh, krass. Ich hab's überlebt. Hast du einen Grappler? Alter, gut gespielt, Riesen. Gegner über hier. Ab nur Han. 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 To, auf dich? Willst du die Gegner an diesem Gebäude bei dir? So, er ist 1 vor Tod. Warte mal. Über dir. Ist einer, der hat mich angeschossen. Hmm... Das ist ein Duo, ein Solo by the way. Ich hab leider keine Grappler? Ich bin auch, noch wenig. Wo ist der denn an Jörn? Wann magst du eigentlich? HOLY SHIT! Crazy! Digga, hochgegrappelt, direkt gepumpt, mit einem SMG gefinished. Das sind keine Platin-Lobbies. Das sind alles, die können das Spiel alle nicht. Ich hab keine Match mehr. Ich töte einfach beide. Und jetzt komm, mach Epic Wind dahin. Ich will, dass das da steht. Let's go! Richtig, richtig geile Runde. Wie viele Kills haben wir zusammen? 36 oder so. 37 haben wir. 37 Kills in der Platin Lobby. Das ist so ein Traum. Das war so geil irgendwie. 40. Ich wurde das auch eingerankt auf dem Account. Mal gucken, was ich bin. Ich bin Gold 2. Ich bin 95% Platin 3. Ein Game noch, wir sind Diamond.